Himmel hochjauchzend, zu Tode betrübt Zu Tode betrübt, Himmel hochjauchzend Mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Heilige Woche, die Karwoche, der Röhepunkt des Jahres für uns Christen. Wer sich mit ganzem Herzen darauf einlässt, der kann gemeinsam mit Jesus in dieser Woche viele Ruchs und Tiefs erleben. Er kann ihm an Palmsonntag beim Einzug in Jerusalem wie einem König zujubeln. Er kann am Gründonnerstag beisammensitzen mit ihm und den Aposteln, denen er im Rahmen des jüdischen Passchafestes erstmals im Zeichen des Brotes seinen am darauf folgenden Tag am Kreuz geopferten Leib zu essen und sein für uns vergossenes Blut im Zeichen des Weines zu trinken gibt. Er oder auch sie wird dann mit Jesus im Ölgarten wachen und beten, miterleben, wie die Freunde in dieser schweren Stunde einfach nicht für ihn da sind, ihn sogar verraten. Wer sich mit dem Herzen auf all das einlässt, dem wird emotional viel abverlangt. Es ist nicht einfach zuzuschauen, wie Jesus ein solch ungerechter Prozess gemacht, wie er unschuldig gefoltert und schließlich qualvoll am Kreuz sterben wird. Die kommende Woche ist fordernd, herausfordernd. Wie bin ich in all dies eingebunden? Wo bin ich hier zu finden? Am Palmsonntag bei denen, die ihm zujubeln? Bei denen, die an seinem Herzen ruhen oder die ihn verraten? Bei denen, die fast gleichmütig schlafen? Die feige weglaufen, um sich in Sicherheit zu bringen und ihn nicht mehr kennen wollen? Bei Simon von Zyrene, um ihm das Kreuztragen zu helfen? Oder bei Veronika, um ihm als Zeichen meines Mitgefühls ein Schweißtuch zu reichen? Wer in dieser Woche bewusst den Weg mit Jesus mitgeht, wird vieles über sich selbst und die Abgründe seines Herzens erfahren. Und am kommenden Sonntag dann aber auch hoffentlich die große Erleichterung und die grenzenlose Freude der Jünger über die Auferstehung Jesu von den Toten. In diesem Sinne, einen guten Weg. Ihr Rainer Woelki, Erzbischof von Köln Der Jünger Woelki, Erzbischof von Köln